Moin Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute beschäftigen wir uns mal wieder mit den Betriebskosten, genauer gesagt mit der Heizkostenabrechnung und dazu schauen wir uns noch mal ein Berechnungsbeispiel im Anschluss an. Die Erfassung der Heizkosten und Abrechnung über dieselben ist in der Heizkostenverordnung geregelt. In der Regel wird zum Teil verbrauchsabhängig abgerechnet, das bedeutet wir haben einen Grundkostenanteil von 30 bis 50 Prozent, welcher sich anhand der Quadratmeter Wohnfläche anteilig zu den anderen Wohneinheiten berechnet und einen Anteil, der das Gegenstück dazu bildet und 50 bis 70 Prozent der Gesamtkosten ausmacht und das ist dieser verbrauchsabhängige Verbrauchsanteil. Dieser wird in Kilowattstunden angegeben, also der Energie, die benötigt wird zum Heizen oder auch in Kubikmeter, zum Beispiel beim Warmwasserverbrauch. In der Regel ist der Maßstab hierbei frei wählbar. Es gibt allerdings eine Ausnahme, wann dieser 30-70 Maßstab vorgeschrieben ist, also 30 Prozent Grundkosten, 70 Prozent Verbrauch. Das ist der Fall, wenn folgende drei Kriterien erfüllt sind, also alle drei müssen erfüllt sein. Ein Kriterium alleine reicht nicht aus. Das ist zum einen der Fall, wenn die Wärmeschutzverordnung von 1994 nicht erfüllt ist. Dazu kommt, dass eine Öl- oder Gasheizung noch im Gebäude verbaut ist und dass die Leitungen ungedämmt sind. Dann ist dieser 30-70 Maßstab vorgeschrieben, ansonsten ist man da relativ frei in der Auswahl. Es gibt aber auch Ausnahmen, wann eine verbrauchsabhängige Abrechnung nicht notwendig ist und das ist der Fall, wenn zum Beispiel ein Passivhaus vorliegt. Das heißt, der Verbrauch pro Quadratmeter Wohnfläche und Jahr ist unter 15 Kilowattstunden oder es ist eine Unwirtschaftlichkeit damit verbunden mit der Abrechnung bzw. der Erfassung der Verbräuche. Eine andere Möglichkeit ist, dass es sich um eine Einliegerwohnung handelt. Das heißt, der Vermieter wohnt im Prinzip im Zweifamilienhaus mit im Haus. Dann ist es ebenso nicht nötig, verbrauchsabhängig abzurechnen. Ebenso ist es nicht nötig, verbrauchsabhängig abzurechnen, wenn es sich um ein Alters- oder Studentenheim handelt. Es gibt noch einige mehr von diesen Ausnahmen. Diese sind alle in § 11 der Heizkostenverordnung geregelt. Sollte es sich nicht um eine der Ausnahmen handeln und man rechnet trotzdem nicht verbrauchsabhängig ab, dann hat der Mieter Kürzungsrechte. Diese sind in § 12 der Heizkostenverordnung festgehalten und zwar 15% bei verbrauchsunabhängiger Abrechnung. Pauschale Kürzung ist dabei möglich der Heizkostenabrechnung im Prinzip und 3%, wenn die Geräte nicht fernablesbar sind, also der Verbrauch dem Mieter im Prinzip nicht ersichtlich ist durch einen einfachen Blick auf das Gerät, also den Heizkostenverteiler. Schauen wir uns dazu eine kleine Beispielrechnung mal an. Und zwar gehen wir mal von dem 30-70 Maßstab aus. Der kommt in der Praxis relativ häufig vor. Wir haben folgende Ausgangssituationen. Gesamtkosten von 4000 Euro jährlich, also für Brennstoff und den Heiznebenkosten, alles was dazu gehört im Prinzip. Und wir haben ein Haus, was über drei Wohneinheiten verfügt. Die erste im Dachgeschoss hat 80 Quadratmeter und 5000 Einheiten Verbrauch. Die zweite Einheit im linken Erdgeschoss hat 40 Quadratmeter Wohnfläche und 2000 Einheiten Verbrauch. Und die dritte Einheit im rechten Erdgeschoss hat 60 Quadratmeter Wohnfläche und 2200 Einheiten Verbrauch. Wenn ihr Lust habt, das Ganze selbst zu berechnen, dann drückt jetzt auf Pause. Ansonsten würde ich Stück für Stück den Lösungsweg erklären und zum Abgleichen anbieten. Die 4000 Euro Gesamtkosten teilen sich ja zunächst auf, auf die 30% Grundkosten und die 70% Verbrauchskosten. Wir schauen uns erstmal genauer die Grundkosten an. Wir müssen einfach dafür nur die Gesamtkosten multiplizieren mit dem Faktor 0,3 für 30% und erhalten dann 1200 Euro. Das ist im Prinzip der Teil, der nach Grundkosten abgerechnet wird. Im nächsten Schritt schauen wir uns an, wie viel Gesamtwohnfläche haben wir. Das sind ja die 80 Quadratmeter und die 100 Quadratmeter im Erdgeschoss addiert. Dann haben wir 180 Quadratmeter. Und jetzt wollen wir schauen, wie viel Kosten, also Grundkosten, entfallen pro Quadratmeter Wohnfläche. Das geht natürlich ganz einfach, indem wir dann die Grundkosten entsprechend durch die Gesamtwohnfläche teilen. Und dann erhalten wir pro Quadratmeter einen Wert von 6,66 Euro. Ich rechne hier mit vier Stellen nach dem Komma, um möglichst präzise das Ganze auszurechnen und möglichst keine Nachteile dem Vermieter und Mieter zu erzeugen bei der Abrechnung. Letzter Schritt ist dann einfach, diesen Wert, den wir errechnet haben, pro Quadratmeter Wohnfläche an Kosten mit der entsprechenden Wohnfläche der Wohnung zu multiplizieren. Dann erhalten wir für die erste Wohnung 533,33 Euro, für die zweite 266,66 Euro und für die dritte 400 Euro. Für den Verbrauch ist das Vorgehen relativ identisch. Da multiplizieren wir zuerst mit dem Faktor 0,7, dann haben wir 2,800 Euro. Das ist ja auch die Differenz zwischen 4.000 und 1.200 Euro im Prinzip. Und dann brauchen wir die Gesamteinheiten, weil wir dann im Anschluss wieder die Kosten pro Einheit ausrechnen müssen. Also schauen wir uns das genauer an. 5.000, 2.000, 2.200, das sind die Einheiten in den jeweiligen Wohnungen. Und dann kommen wir auf einen Gesamtwert von 9.200 Einheiten. Jetzt schauen wir uns an, wie viel Kosten entfallen pro Verbrauchseinheit im Prinzip. Dazu müssen wir einfach nur die Verbrauchskosten durch die Gesamteinheiten dividieren. Dann erhalten wir 2.800 Euro durch 9.200 Einheiten 0,3043 Euro pro Einheit. Das Ganze wird dann einfach wieder mit den jeweiligen Einheiten der Wohnung multipliziert und dadurch erhalten wir dann die jeweiligen Verbrauchskosten der Wohnung. Für Wohnung 1 ergibt sich 1.521,50 Euro, für Wohnung 2 608,60 Euro, für Wohnung 3 669,46 Euro. Und dann im letzten Schritt müssen wir einfach nur die Grundkosten und die Verbrauchskosten der jeweiligen Wohnung addieren und dann haben wir auch schon die Kosten, die für jede Wohneinheit individuell entstehen. Unten seht ihr dann nochmal die Ergebnisse, falls ihr selbst gerechnet habt. Das Ganze habe ich jetzt ein bisschen einfach gehalten, damit man erstmal die Grundlagen versteht und zu einem späteren Zeitpunkt werden wir uns auch nochmal komplexere Heizkostenabrechnungen ansehen und auch welche Pfeilen im Prinzip dort lauern, welche Fehler Vermieter häufig machen, worauf man insbesondere achten muss. Aber das kommt in einem anderen Video und bis dahin bedanke ich mich fürs Zusehen und hoffe, dass wir uns bald in einem neuen Video wiedersehen.